Jo mein Lieben, so, schau, warte mal wieder rein, zu kurz einem neuen Video, nicht alleine, sondern wir spielen heute mit dem lieben Drocki HD! Hallo! Hi! Hallo, 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 Leute, und wir spielen auf den unglaublichen Busy HD.net-Server, Service Labestu! Der mir eigentlich Premium Plus gegeben hat, Leute, hat mir aber nicht, ihn noch nicht kontaktiert. Und ja, Leute, ich wollte eigentlich was MLG-haftes mit dem MLG-Kit machen, haben wir aber leider nicht. Aber, also, ich hab meinen eigenen Bus praktisch erfunden, und den machen wir jetzt in diesem Video! Ab geht's! So, Leute, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr braucht erst mal so'n, so'n 4x4 Feld, nee, 4x3 Feld. Und wenn ihr, das ist so... Da ist jemand! Echt jetzt? Nein, da kommen welche! Ich bin John Cena! Oh, nein, ich helfe! Das ist der Mann! Das ist der Mann! Now, baby, can't you see? Ich bin down! Nein! Das ist ja der Quach-Emmel-G-Boost! Ja, genau. Das ist jetzt der Name, das ist der 6-fach-Emmel-G-Boost, Alter. Da kommt der Typ, da kommt, da kommt, da kommt! Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin! Nein, schau'n! Oh Gott, hast du irgendwas zum Ding? Ich hab nix! Nein! Oh! 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 So einen Scheiß! Aber kannst du dieses eine da von Julien Bernwert dieses... Oh ja...! So einen Scheiß! Zack! Was heißt, wir könnten uns jetzt auch noch... ...n bisschen weiter Wumpf machen? Nein, 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 nein. Zack! Wir haben gewonnen! Weil die den Boos verkackt haben! Leck mich doch am Aars schninkt! Rrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrr Ich kann irgendwie keine R rollen Ey, ich kann das nicht Ne, ich kann das nicht Rrrrrrrrrrrrrrrr Ne, ich kann das nicht Zack, Zack Geil Ja, dann, guck mal Ähm Ähm YOLOOO Oh, F*** Ich hab was, hast du aus dem MLG? Ja, hab ich Okay, gut Jetzt Nein! Wisst ihr, warum ich nicht sterben werde? Because legends never die Nein! Ich hab den! Oh! Alter! Ich hab mich gerettet! Nicht eine Legende! Legende! Alter! Ja! Wir hatten eine Runde gewonnen! Ich bin ihr Pro! Das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann texten wir in einer Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Da könnt ihr mich abonnieren, da könnt ihr Dronki abonnieren. Lasst einen jungen Abo da. Link in der Videobeschreibung. Endcard und sonst irgendwo. Dann würde ich euch mal sagen, haut rein! Machs gut! Und tschau!